es gibt eine neue folge Euro Truck Simulator 2 heute nicht alle nicht alleine und mit dem Juli zusammen sag mal hallo Jo da haben wir das Wort was weniger PS hier habe ich muss mir noch was und noch die Frau und die Frau kurz mit der Meliösen und das ist noch eine Strecke manchen ein Bier von seinem Leben in Ami also stimmt was ja noch die richtige macht Reckmann hier an zu und nach der Leitung Vorteil ich würde sagen wir fahren bis zu diesem Zugbahnhof da. Ich würde komplett Kallet-Düßburg fahren. Ja, wir fahren ja komplett Kallet-Düßburg, nur wir fahren an der Auswärtkallee vorbei. Kleine. Und dann nach Kallet-Auswärt. Ja, dann fahren wir einfach du hast ja das Liva-Franc-Sales ja auch noch. Wir fahren einfach dann zum Eurotunnel. Wir fahren halt einfach da zu dem Eurotunnel, ja. Und nicht weiter und drehen dort um, sozusagen. Okay. So, ich fahr vor. Einfach mit Autonavigation. Das geht nicht. Wie schnell fahren wir maximal? Ja, halt nach StVO. Aber ich fahr nicht Bullefahrt. 110 auf Kallet-Düßburg. Ich auch nicht. Gleichfalls. Der Blüdes nimmt auch auf, aber er dann, er lebt letztlich hoch. Ups, jetzt muss ich kurz gehauen. Ihr hört, ich habe einen Laut-Mode, ich habe den 160er-Hilfen. Was habe ich heute eigentlich mit FPS andauert? Ich wollte PS sagen, nicht FPS. Ähm. Soll ich sagen, dem, ähm, Blöden, das wird auch mit Aufnahme, aber ohne, dass er es hochlägt. Er nimmt einfach auf, wenn er irgendjemanden dran oder mich haben, dass er es, dass wir reporten können, dass er, dieser Spieler... Bier ist ein Ernst. Was? Dass du einmal mich anhubst. Leck. Ja, au. Ups, das ist out. Ja. Jetzt habe ich scharfen. Schaden. Und ich mache auch keine Tiersburgers und nicht mehr Schaden. Wir sollten vielleicht einen Sicherheitsabstand von ca. 40 Metern haben. Lecks habe ich gerade. Keine Ahnung warum. Ich habe gerade grün. Ach du Scheiß, war mir gar nicht. Und die stehen schon hier. Ich weiß. hier kann ich aufs Naviger achten Belarus sogar hier, wie fährt ich, sogar fährt hier, Minsk okay, ich hab Brot okay, Rupem mag ich nicht wirklich so, Leute rück' mal auf die Bremse du fährst grad seit der Anstaltung, oder? so also, selber halt so, jetzt fahren wir nicht mehr runter, tut das gut so richtig wir fahren 90 am besten ich hab hier eng immer Angst, dass ich keinen Dispock fahre ich auch, ich hab immer Angst, dass hier jemand ausschließt naja, aber der wird dann von uns reported ganz einfach so, warte, ich muss noch den Geschwindigkeitsbegrenzerei machen wir halten kurz davon gleich an ich mach auch gleich mal lieber wieder rein aber ich hatte jetzt hier rechts an wir beide halten hier an UTS UTS hat angekündigt Cory Sieker Gameplay ich hab schon meinen drin ich hab schon meinen drin irgendwie so, dann wollen wir, oder hast du den drin ja, ich hab den drin jetzt muss wieder raus stehen ich kann ihn auch während der Fahrt rein machen warte, wir kommen nicht mehr raus das ist ne nein das weiß ich nach dem jetzt, jetzt, jetzt jetzt hopp hehehe ja, noch mal schnell rausziehen jetzt hab ich gekraucht jetzt hab ich gekraucht Jungen Jungen Ich wär vorsichtig Scheiße alter so ein Dopp hier ich hab jetzt echt irgendwie Angst bei den News ich gerade auch, aber ich hab ja aufnahmen halt, hab ich auf meine Aufnahmen schon hoffentlich gestartet ist jetzt auch nicht schlimm, oder? Belarus, das ist, du weißt, Russland hey, ich vereine über hunderte, wo ich ihn drin habe, ja, morgen bei mir pack der um kommst du nach mir, Nius? ja jetzt ist er mir hinten drauf gebrennt, weil ich ja nicht weiter nach vorne war Alter, so ein was, wie heißt es? ist der 21, 21 ok, warte Schlecht B, Info, 21, 21 ok, der bekommt ein Banner für ihn, von deinem Report ich hab zum Glück keinen Schaden bekommen, hast du Schaden bekommen? ja, ich hab halt noch Aufregerschaden noch in überhaupt den Reichweiten da ich hab den Gott auf der Karte Report Reming ah, der hat es gesehen er hat ok geschrieben er hat sich auch schon reportet ich habe seinen Schockers Loll äh äh blöd sich äh Achtung LKW uuuuh mann loll oh fuck oh 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 Ach man, Daniel. Junge, ich weiß, dass Karl gesagt wird immer aufsachen. Den Turbier sind wegen dir auch schon einmal draufgepreddert. Report. Wegen was? Wegen... Nächste. Oh! Pfff! Ich hau einfach den Format 90 rein. Einmal Fernlicht anschalten. Kommt mir so lange niemand entgegen. Du aber nicht, du blendest mich sonst. Ey! Kommt einer. Wer nicht ausschaut. Man geht keine Lichtung, du dämmen. Schau dir auf, man macht so hoch. Weiß was mir Karl gesagt? Wenn auch, wenn nicht einer auf dich voll zuhält, einfach auf deiner Spur bleiben. Aber wenn du ausreichst, kannst du in einen anderen Heim, weil... Einfach immer auf deiner Spur bleiben. Egal was passiert. Okay. Überholverbot hier. Jetzt müssen wir wieder dem herzuckeln. Alter! Also überholen... Wir überholen nur, wenn die Überholzone aufgehoben ist. Solange hier die durchgezogenen Linie ist, dürfen wir nicht überholen. Ungefähr fahren gerade ungefähr 60. Ja, ist ja auch erlaubt. 50, laut Navi. Ja, da vorne war 60 und hier ist jetzt 80. Gut. Aber ich überhole nicht. Wieso? Kassel überholen. Ich wurde deswegen einmal gewandt hier auf Kalle des Volk. Ungefähr hier an der Stelle. Ja, genau. Jetzt... Boah, mach mal den Motor leiser. Wer? Ich? Ja! Ja! Ich hab jetzt mal diese beiden Abstand an. Die ist der 15, 33 ist der fix und fertig. Er kann nicht mehr fahren. Hab ich grad den durchgelissen. Los, 50, 50. Alter, wie langsame Witz. Also, keiner kommt gemeint. Ach, jetzt ist wieder hier Überholverbot. Ich hasse Überholverbot. Er fährt halt nach SDVO sozusagen. Also, ich fahre nach SDVO. Boah! Da kommen welche entgegen. Jetzt kann ich jetzt, wenn ich überholen, weiter zu viel entgegenkomme. Ja, da kommen welche. Oh, man muss da hupen. Leute, das war HTC, oder? Was? Was war das grad für ein Auflieger? Auch Achtung, wir stehen hier schon mit Wagen. So, glaube ich. Perfekt. Früher dachte ich immer, bei einem Automatik, wenn nur zwei Metallen sind, der linke Fuß für die Bremse und der rechte fürs Gas am Istgang ist. Der linken Fuß ist immer für die Kupplung, normal. Kupplung, ja, nur Kupplung. Sonst nix. Ja, was macht der? Ach, come on! Okay, report. Der von mir kriegt auch ein 1. 16. 12. So, ich hab jetzt auch sein IP. Info. 16. 12. Aber auch. Und da hab ich. Also, die sind 16, 12 auch reportet. Ja, ich werde den reporten. Ich auch. Weil, er hat mich ja gerammt, weggerammt, also, blockiert. Und er hat ja auch sozusagen reckless driving gemacht. Also, rammen, blockieren und reckless driving wahrscheinlich, oder? Ja. Moin, moin. Moin, moin, moin. Woin, woin. Ich bin mal wieder deutsch. Jo, zwei Gammler. Jo, zwei Gammler. Jo, zwei Gammler. Jo, danke. Dir auch. So, ne Spiegel. So ne Spiegel. So ne Spiegel. So ne Spiegel. Unarm auf die muss man ausbekommen. Gammelfleisch. Nein. Wo, was macht der? Was macht der? Weiß von mir reichts jetzt. Raming. Blocking. Wohl schieße. Reckless driving. So, ob das reportet. Alter, was macht der? Nein, das hat er jetzt nicht gemacht. 1 8 8 3 der 1 8 3 das ist mit dem die stelle spiel 1 8 8 die er hat mich der hat an der seite überholt das freundes treibend weil mich doch direkt weg weg gerammt der genau hinter dir ich suche kurz auf der tab die fahren heute auch wieder heute ist ein gerät dort uns ich hab's eigentlich gesehen aber ich hab's zurück nämlich auch auf das ist es der vor mir der verteilte Eiskalt 1 Röhrling die Röhrlinge so etwas auf den Worten Oh naja, keine Ahnung wie ich schon war gestorben, die ich gemacht habe. Ich habe schon mal hier geschrieben, dass er auch... Oh... Ich sollte vielleicht jetzt nicht einfach mitten in der Kurve was schreiben... Achtung Überholer... Es wird an ein den Reports hageln, oder? Hm? Es wird an ein... ...viele Reports-Hotel an die Spiele hageln. Ja. Wir gammeln... ...Wir fahrt. Die Gammelflöcher gehören schon rund von Freude fort und sichern neue Ziele. ... Aua! Aua! Es ist gerade einfach jemand... ...heiß gleich. Ja, da bekommt ihr schon. Hier kommt niemand falsch rum. Äh... ...nein... 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 Von rechts sehen muss ich vor, dass... ...oh... ...nuch die Öl da unten... Siehst du mich? Der ziehe ich mir, weil ich in dem 1883 abbremsen musste. Ich bin die Nummer 251, kam über mich schonmal was? Ich hab grad einfach überholt. Ich bin jetzt fast am Bahnübergang. Okay, perfekt. Es bringt rot. Ne, es bringt weiß, aber ich mach nicht so viel Mist. Ne, ich lass dich nicht rein. Du bist ja jetzt selber schuld. Selbst schuld, wenn man so blöd fährt. Ja, stimmst du mir doch zu, oder? Was? Wenn man blöd fährt und dann am Bahnübergang noch überholen möchte. Nö. Selbst schuld, wenn man nicht mehr reingelassen wird. Nö. Komm, blick doch früher. Nö. Unfall. Stupid. Loop. Geht weiter. Ja. 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 Ich wangst, ich wangst, ich wangst! Es war gerade knapp. Das ist aber jetzt dieser Laufdauer. Da müssen wir schon hinterher fallen. Scheiße, ich komme jetzt von Chen. Das ist echt gut. Ich würde an der Tankstelle dann einfach auf den Drahten. Ja, mach das. Ich habe ja alles auf Video. Wer weiß. Ich werde einige Reports heute schreiben. Einige. Ungefähr fünf. Wie viel du schon? Keine Ahnung. Zwei, drei. Aber ich komme zu schnell ins Rutsch. Weil du kannst nicht das Datum vom gleichen Tag nehmen. Ich weiß. Was ist das halt? Bruh. Motorfähigkeit. Toll. Ich kann nicht mal Schlechtfix eingeben, das ist das Problem. Ich muss nur noch 5 Minuten warten. Äh, ich werde überholt. Und den Hans komplett durch die Luft gehauen. 84, deswegen fahre ich nicht mit Caravan. Hä? Rick. Einmal. Einmal. So. Ich bin rein auf die Hauptstelle. Tch. Einmal los. Scheiße. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn ich anfange zu fahren. Egal. Ho, 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 ho. Ich halte dir vorbei. Was macht der? Da war ja gerade an der Tanke. Was macht der? Da war ja gerade an der Tanke. So, co, ho, 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 ho... 14 ich konnte gerade noch so Tja Hätte ich nicht gebremst ich wäre ja ganz leicht dann Blinker an Wow Was macht der? Wollte er rechte Blinker setzen Die manchmal auch nicht Lenker aus Ich weiß auch den vor mir Wie schnell fährst du bitte? Eigentlich habe ich den Geschirke begrenzt da drin Egal Fahr 90, du fährst 100 oder 110 So jetzt muss ich aber rechts lang Rechts und Kalei Ich hab einen Drift gemacht in diesen Leuten Ich mach den Geschwindigkeitsgrenzer raus ne? Für die Autobahn Ja Können wir gleich hier machen, wir haben davon nur einen Parkplatz Alter, ich komm so schnell ins Rutsch Glaub ich Mit davon ich bin kein Parkplatz Ich bin bei 110 Okay Sorry, ich hab nicht gesehen dass du kommst Nicht gesehen dass ich komm ne? Nein Hm 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 So Freut mich einfach Wir haben noch 42 Kilometer vor uns Besefresse auf die linken Spur Aber Dann kann ich wieder schlecht fix machen 3 4 1 2 1 1 2 2 2 2 und und das war meine die sieben bei mir steht 80 und ich bin jetzt stehen rechts und da das war's mit der folge leute bis zum nächsten mal leute euer blau blitz